Kapitel 11.1 Gebete zu den Toten Die Leute, die Gräber anbeten, richten ihre Gebete auf zwei Arten an die Toten. Erstens, manche nehmen die Toten als Vermittler. Sie beten zu ihnen auf dieselbe Art, wie es die Katholiken zu tun pflegen, wenn sie ihren Priestern ihre Sünden beichten. Die Katholiken beichten den Priestern und die Priester bitten für sie um die Vergebung Gottes. Die Priester haben also die Funktion eines Vermittlers zwischen Mensch und Gott. Die Götzen der vorislamischen Araber hatten einen ähnlichen Zweck. Zu der Funktion ihrer Götzen zitiert Allah die heidnischen Araber wie folgt. Wir dienen ihnen nur, damit sie uns Allah nahe bringen. Sura Az-Zumar, Vers 3 Einige muslimische Grabesanbeter bitten die Toten in ihren Gebeten, ihre Anfragen Allah zu übermitteln, damit er darauf ihre Bedürfnisse stillt. Dieser Brauch basiert auf ihrem Glauben, dass rechtschaffende Verstorbene Allah nicht nur näher seien als sie selbst, sondern auch dazu imstande seien, die Anfragen der Menschen nach ihrem Tode noch zu erhören und zu erfüllen. Damit werden die Toten zu vermittelnden Götzen, die fähig sein sollen, Gutes für die Lebenden zu bewirken. Zweitens. Andere beten direkt zu den Toten. Sie bitten um die Vergebung für ihre Sünden. Dadurch schreiben sie den Toten Allahs Eigenschaften des At-Tawwab, der die Reue seiner Diener annehmende, zu und ebenso die Eigenschaft des Al-Rafur, der Einzige, der Sünden vergeben kann. Es gibt eine große Ähnlichkeit zwischen ihnen und den Katholiken, die bestimmte Heilige zur Erfüllung ihrer täglichen Bedürfnisse anrufen. So wird zum Beispiel, wenn etwas verloren geht, zu Antonius von Theben gebetet, damit er beim Finden hilft. Judas Thaddeus ist der Heilige für das Unmögliche. Zu ihm betet man bei Fürsprache für unheilbare Krankheiten, unwahrscheinliche Ehen oder Ähnlichem. Brach jemand zu einer Reise auf, so wurde noch bis zum Jahre 1969 zu Christophorus, dem Schutzpatron für Reisende, gebetet, bis man ihn durch ein päpstliches Urteil offiziell aus der Liste der Heiligen Strich, nachdem bestätigt wurde, dass er Fiktion war. Im Falle des Propheten Jesus, Friede sei auf ihn, gehören die Christen, da sie Jesus für eine Inkarnation Gottes halten, insgesamt zu dieser Gruppe, mit der Folge, dass die meisten Christen zu Jesus beten, anstatt zu Gott. Überall auf der Welt gibt es viele unwissende Muslime, die auf diese Art ihre Gebete an den Propheten Mohammed Friede und Segen sein auf ihm richten. Beide Methoden werden vom Islam gänzlich abgelehnt. Die islamische Lehre besagt, dass der Tote eine als Barzach bezeichnete Dimension betritt, wo seine Taten ein Ende finden. Er wird unfähig, irgendetwas für die Lebenden zu tun, obwohl die Ergebnisse seiner Taten auf die Lebenden weiterwirken können und er dafür auch fortdauernd Belohnung oder Bestrafung ernten kann. Abu Huraira überlieferte, dass der Gesandte Allahs Friede und Segen sein auf ihm sagte, wenn der Mensch stirbt, hören seine Taten auf, außer Dreierlei. Etwas dauerhaft gestiftetes, nützliches Wissen und ein rechtschaffenes Kind, das für ihn Bittgebete spricht. Der Prophet bemühte sich aufs Äußerste zu erklären, dass er in diesem Leben niemandem nutzen könne, egal wie nahe er verwandt war. Allah befahl ihm im Koran, seinen Anhängern Folgendes zu sagen. Ich habe nicht die Macht, mir selbst zu nützen oder zu schaden, es sei denn, Allah will es. Und hätte ich Kenntnis von dem Verborgenen, wahrlich, ich hätte mir die Fülle des Guten zu sichern vermocht und Übles hätte mich nicht berührt. Ich bin ja nur ein Warner und ein Bringer froher Botschaft für die Leute, die gläubig sind. Sura Al-Araf, Vers 188 Abu Hurayra, einer seiner Gefährten, überlieferte, dass der Prophet Friede und Segen seien auf ihm, als ihm der Vers und warne deine nächsten Verwandten. In Sura Aschura, Vers 214 offenbart wurde, zu den Leuten sprach, O ihr Leute der Quraysh, sichert euch Befreiung von Allah. Ich kann euch vor Allah überhaupt nicht von Nutzen sein. O Söhne Abdul Muttalibs, ich kann euch vor Allah überhaupt nicht von Nutzen sein. O mein Onkel Abbas ibn Abdul Muttalib, O meine Tante Safiya, ich kann euch vor Allah überhaupt nicht von Nutzen sein. O Fatima, Tochter Mohammeds, frage mich, was immer du auch willst, jedoch habe ich nichts, was dir vor Allah nutzen wird. Bei einer anderen Gelegenheit beendete einer der Gefährten des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, seine Aussage mit dem Satz, es ist, was Allah und was du willst. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, korrigierte ihn sofort, indem er sagte, machst du mich Allah gleichwertig? Sag, es ist, was Allah alleine will. Obwohl es schon verboten ist, Gebete an den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm zu richten, gehen manche Muslime gar so weit, zu einer ganzen Hierarchie von Heiligen zu beten. Diese heretische Praxis basiert auf der Behauptung der Sufis, dass die kosmische Ordnung durch eine festgelegte Anzahl an Heiligen, die sogenannten Rijal al-Rai'ib, die Männer der verborgenen Welt, bewahrt wird. Wenn ein sogenannter Heiliger Mann unter ihnen stirbt, wird sein Platz sofort durch einen anderen besetzt. An der Spitze der Hierarchie ist der Qutub, der sogenannte Pol oder die mystische Achse der Welt oder der Rauf, was so viel bedeutet wie Rettung oder Hilfe. Abdul Qadir al-Jilani, gestorben 1166 n. Chr., wird bekannterweise als Al-Rawth al-Rawth al-A'dan bezeichnet, was so viel heißt wie die größte Quelle der Hilfe. Zu Zeiten der Not rufen ihn viele an mit den Worten Ja, Abdul Qadir, Arithni, was so viel bedeutet wie O Abdul Qadir, rette mich. Solche eindeutigen Äußerungen des Schirk sind verbreitet, obwohl praktizierende Muslime in ihren Gebeten mindestens 17 Mal pro Tag den Satz Diese beiden Methoden des Gebetes bringen die schwere Sünde des Schirk mit sich, der der Islam strikt entgegensteht. Dennoch haben es beide Methoden in der einen oder anderen Form geschafft, sich in die religiösen Handlungen der muslimischen Massen der heutigen Zeit einzuschleichen. Durch diese Haltung bekräftigen sie, ohne es zu wollen, die Richtigkeit der drohenden Warnung Allahs im Koran. Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm Götter zur Seite zu stellen. Surah Yusuf, Vers 106 Ebenso warnte in der Überlieferung des Abu Sa'id al-Khudri der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, Ihr werdet gewiss das Brauchtum derjenigen vor euch Handspanne für Handspanne und Ellenlänge für Ellenlänge befolgen, bis ihr ihnen auch dann nachgeht, wenn sie durch das Loch eines Dab durchgehen würden. Wir sagten, O Gesandte Allahs, die Juden und die Christen meinst du? Und er antwortete, wen sonst? Thauban überlieferte ebenfalls, dass der Prophet Friede und Segen seien auf ihm sagte, Der jüngste Tag wird nicht eintreffen, bis manche Gruppen meines Volkes Götzen anbeten werden. Und Abu Huraira berichtete, dass er, Friede und Segen seien auf ihm, sagte, Der jüngste Tag wird nicht eintreffen, bis Frauen des Stammes Daus mit ihren Hintern um den Tempel des Götzen Al-Khalsa herumwackeln werden, indem sie ihn umkreisen. Daher ist es wesentlich, dass Muslime ein klares Verständnis von ihrer Religion, von ihren Wurzeln und von ihrer historischen Entwicklung haben. Dadurch können solche Praktiken im richtigen Zusammenhang gesehen werden und das islamische Urteil über sie wird verständlich.